Der Taktik-Talk mit Miriam Tershun, langjähriger Star in der Nazi und beim FCZ. Ist gut so? Eine Stürmerin geht auch. Eine Stürmerin? Ich auch. Ja, klar. Ich meine für Miriam. Okay, ist notiert. Ja, ich war Stürmer und Kopf der Mannschaft. Aber mich gibt man mehr als Trainer. Zu Wien kommt ich nachher, da habe ich mir aufgeschrieben mit dem Schilberg-Res, einem legendären Stürmer-Spieler-Trainer und Taktik-Genie. Ja, und für die Werbung habe ich auch schon viel gemacht. Gut, das ist doch jetzt nicht nötig. Wir haben die Produkte. Und Stefan Chabuysa, unser ... ... du das Leben. Chef-Scout? Stürmer? Ex-Stürmer? Ich bin ein riesen Fan. Galaxus.ch Ah, danke schön.